Ich denke, wer vor ein paar Wochen noch gesagt hat, zweiter Platz, da haben wir alle noch abgelehnt. Aber die letzten Wochen haben wir gute Ergebnisse gehabt. Wir haben überzeugend gewonnen und Leverkusen hat ein bisschen gewackelt. Und jetzt haben wir eben das Einspiel. Und wir freuen uns, dass wir noch Zweiter werden können und haben auch noch gewisse und auch berechtigte Hoffnungen. Wenn ich mich zurückerinnere, wenn es die letzten zehn Jahre am letzten Spieltag um etwas ging, da ist es oft positiv für den FC Bayern ausgegangen. Negative Leverkusen vielleicht. Aber wir müssen unser Spiel gewinnen. Und vielleicht, wenn 1-0 an der Anzeigetafel für Bayern nach zehn oder 20 Minuten auftaucht, dann wird da vielleicht jemand nervös. Aber wir haben es nicht mehr in unserer eigenen Hand.